hallo und herzlich willkommen zurück bei let's play die siedler 2 tja das lagerhaus ist fast fertig ich habe eine sms bekommen und dafür ist unsere festung auch noch fertig vielleicht hat die festung mir eine sms geschrieben wo ihre festung ist fertig ich würde gerne noch weiter an den gegner ranrutschen mache ich auch die festung hat doch nicht das naster an ihm nur wir werden sehen vielleicht muss ich das dann noch mal umstrukturieren hier werden meine wachstube hinbauen ich will so viel wie möglich von dem berg haben da kenne ich nichts wir brauchen jetzt mal langsam personal wir haben nicht nur noch einen gefreiten in reserve und das lager ist fertig endlich 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 sondern kann man ein paar sachen hier oben stoppen für die einlagerung das erst mal möchte ich hier kein essen mehr oben haben das kann alles im lagerhaus da unten hin weil dort oben braucht das nicht hin wir möchten keine steine da oben haben keine schweine das braucht auch alles nicht da unten hin münzen müssen nicht da oben das muss nicht da da oben erzeugen generell auch nicht auch wenn wir nicht gefahr laufen so das nicht ab nach da unten damit so diese können runter arbeiter können eigentlich machen was sie wollen am wichtigsten ist mir halt die abstufung davon so dann wird sie jetzt sicherlich in die richtung laufen das langsam aber sicher obwohl diese können eigentlich oben eingelagert werden ist eigentlich wurst ja langsam aber sicher sollte denn das hier unten kurz nach erschaffung auch das neue haupthaus werden zumindest wurde es das bis jetzt immer wenn ich das level gespielt habe weil das ist ja viel zentraler hier an dem geschehen und an dem geschehen plus an allen bergen so und wir können jetzt dadurch dass wir hier endlich ein lagerhaus haben auch mal anfangen hier rechts und so überall alles mögliche abzureißen hier darf übrigens alles eingelagert werden ich habe nichts problemen probleme wenn ihr es da einladen wird so wir haben wir sogar was abgeschossen so den steinbuch errichten wir hier gleich neu mal gucken wer hier geschrieben hat ok schön sms lesen ruhe nebenbei ja 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 mein gott und tee müsste ich auch nur hin berühren meine letzte dreiviertel tasse und schon fast kalt ja ich spiele immer noch also das letzte video war jetzt nur ein schnitt für euch wieder mal und aus meiner sicht nur ein kurzer sprung hm schießt alles was sich irgendwie ansatzweise bewegt ich möchte nichts mehr hören von irgendwelchen gegendrischen gebäuden wie sagt rein theoretisch könnte ich jetzt hier auch noch eine festung oder irgendwas hinbauen aber hm ne ne ich weiß dass hier eigentlich irgendwo normalerweise eher mit katapulten gespielt hat wenn man ihn zu sehr auf dem sack gegangen ist so wir haben das erste verbrauchte bergwerk auch mal geil also ich freue mich ja immer über verbrauchte bergwerke andere werden sich wahrscheinlich nicht so darüber freuen also wir wollten weiter abreißen wir hatten hier noch ein holzfäller den wir nicht mehr wollten irgendwo war gerade musikfehler oder sowas also hier so dann läuft ja hier alles scheinbar die wege fallen mir irgendwie alle nicht so richtig ok hier muss ein bisschen erstmal die steine müssten weg dann könnten wir ja die wege noch weiter optimieren hm hm na 2er schritt 2er schritt 2er schritt ok und dass der hier rechts immer noch so krass lang läuft gefällt mir immer noch nicht der soll den hauptweg nutzen dafür habe ich den hier baut woop hm hm ja wie gesagt die wege werde ich gleich mal ein bisschen sobald ich Lust habe mich mal ein bisschen drum kümmern weil momentan gefällt mir das einfach nicht wie es ist also wir reißen mal den weg wieder ab ich mag diese sekundäre wege nämlich nicht und ja das hier oben ist sowieso wegmäßig total daneben aber gut momentan muss auch nur ein fisch bewegt werden hier muss ähm auf jeden fall noch ein wachhaus hin eine wachstube damit wir den berg ja auch ausernten können ok lagerhaus da geht es jetzt ab perfekt aber immer noch keine esel da das stört mich jetzt schon könnte ruhig ein bisschen schneller gehen mit den eseln wie gesagt ein umgehungsweg halt gebaut finde ich ultra wichtig ich baue auch noch einen zweiten umgehungsweg so damit wir da nie in stau kommen von vornherein gleich ordentlich bauen ähm so der holzfäller kann weg der ist hier tot und dann werden wir den weg nach oben auch optimieren können ansonsten wäre es natürlich schön wenn mal langsam auch äh Militär hierher kommen würde ah hier wird schon hier wird schon kräftig gebaut und gebraut wie es aussieht irgendwie kommt hier kein wasser an warum ich sag jetzt nicht wir haben wassermangel 49 wasser kann man nicht als mangel betrachten na egal dann bauen wir jetzt hier noch einen brunnen na ja obwohl hier nicht da nicht wir bauen den brunnen hierher dann muss er nämlich auch gleich bei der brauerei vorbei oh was das Militärbeute ok das durfte jetzt eigentlich nichts mehr gebracht haben ja genau da ist denn hier auch ende und nur soweit können wir halt ausernten wir können hier nicht mal irgendwie ein Katapult oder ähnliches bauen also war es das in der Hinsicht auch so so ok brauchen wir da oben auch nicht mehr hin na gut die Wege das kann ich auch offscreen abreißen Wasser erfunden Kohle erfunden na ok ich mach mal ein bisschen offscreen weiter so an seiner Grenze haben wir jetzt das Militärbeute besetzt was dürfte uns auch nicht weiter bringen jetzt hier nö 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 sonst bin ich erstmal nur am Wege optimieren momentan so so bring dich wieder da so das Gebäude ist auch besetzt oh ihr seht hier ist sein haupthaus genial er hat auch eine ordentliche wirtschaft hier aber er scheint sich nicht so zu verteidigen so umso besser für uns hier noch irgendwo nö da 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 kommen wir noch ne so ist Wurst wir bauen jetzt hier einfach n Katapult hin und hoffen dass das Katapult auf seine Festung schießt so das warten wir mal ab äh was hab ich sonst vor ja der Holzfäller da kann ein bisschen basteln wir ziehen nach hier n Holzfäller denn äh Holz haben wir leider nie genug wie euch aufgefallen ist bin ich ja immer noch dabei keinerlei ähm Forsthäuser zu bauen achso ja ich hab hier weiß ich nicht ob ihr das gesehen habt oder ob ich das auch screen gemacht hab Fleischereien gebaut zwei Stück zwei Schweinezucht ne Bäckerei und noch ne Mühle damit auch die Versorgung langsam gesichert ist und ja und werde jetzt noch ein Parallelweg hier anlegen und zwar hier falls es doch zu viel wird hm geht wohl nicht so perfekt 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 da lang ist auch alles perfekt ja der transportiert immer noch da lang immer noch gefällt mir das überhaupt nicht ich überlege ob ich das einfach mal ab unterbinde wupp mal gucken ob das so läuft wie ich mir das denke achso ja was noch passiert ist ist nicht nur das Bergwerk sondern auch das Bergwerk hier war verbraucht was haben wir da was haben wir da haben wir alles Kohle na ernten wir das ab ähm ja wir haben ihm ich den Gegner auch schon ein bisschen geärgert also wirklich geärgert guck mal gleich mal hier so wir haben ihm schon einiges zerschossen er baut natürlich wieder auf und natürlich dadurch das Kohlebergverkehrsverschießen und so weiter aber na gut den Spaß gönnen wir uns na trotzdem mal wieder hin zu marschieren so in der Zeit mal hier lauter äh gelehrte hin äh das ist abgebrannt mal gucken hier ist nix da ist auch nichts möglich wir können keine Katapult bauen und so weiter ok dann werden wir das da erforschen sobald möglich ähm also sag ich vor hier erstmal alles auszuernten dann natürlich alles hier wieder wegzureißen und da auch und dann vielleicht nur die Festung hier stehen zu lassen und ihn anzugreifen falls ich ihn angreife lustig ist natürlich dass hier sein haupthaus ist das macht das ganze natürlich ganz interessant ihn vielleicht doch noch auszurotten ja ich weiß es wie gesagt noch nicht das mach ich spontan ja es gibt hier keine Staus oder so also muss es ja scheinbar funktionieren dass ich sage geht hier den Hauptweg lang warum denn nicht gleich so naja leider ist hier immer noch der Stein im Weg damit ich hier nicht oh doch ich könnte hier langsam ja auch mein Haupt ne verdammt da stört jetzt diesmal der Steinbruch hm hm 1 2 3 4 da wäre der Anschlusspunkt so dann wäre weiter mal gucken ob sie lohnt 1 2 1 hab den Knick auch noch 1 2 1 2 1 2 ja das würde aufgehen irgendwie naja wir werden sehen merken wir es uns mal vor der Holzfiller hat hier auch nichts mehr zu tun weg mit ihm ja ich denke mal ich werde mir irgendwo langsam einen Ort aussuchen müssen wo wir auch wirklich Holz anbauen denn leider haben wir ja nicht schon unendlich Holz ja gut wir haben noch 44 Baumstämme drin und so weiter ähm hm 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 eigentlich wäre es ja auch sinnvoll hier oben Holz anzubauen aber dann stören wir die Bauernhöfe bestimmt und die will ich nicht umverlegen hm 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 gold wollen wir haben na ok ich muss mir wieder ein bisschen was einfallen lassen vor allem mit dem einen bauernhof da der muss auf 100 prozent arbeiten ich habe keinen bock auf sondern blöden sachen so also wir haben ein bisschen gold was wir abwehren können das wirklich nur ein bisschen und das ist ein eisen scheinbar noch mal eisen und hier wollten sie mal wieder nicht erforschen schicken wir doch einfach noch mal welche hin und gucken was passiert ja die bergwerke werden kaum besetzt schon mal ein negativer punkt ich kümmere mich gerade nebenbei um die wiegen bis hin und habe ein bisschen was umgesetzt sondern hier als militärbeutel besitzt wo heißt also ok das ding ist besetzt ja weg abschneiden fertig werk verbraucht immer eine gute nachricht ok ok wir wollten wissen was hier ist und dann wollen wir als nächstes wissen was da ist und das war mit dem eigentlich soweit fertig tja 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 können wir dann fertig ärgern ja wie gesagt ich optimiere die wege gerade ein bisschen also hier zum beispiel dadurch sind wir hier habe ich den boden nach da gesetzt dadurch dürfte der dann auf die 100 prozent kommen der bauernhof also immer wenn er so ein bisschen schräg weg geht so dass ihr dass er seine felder so bauen kann wie er doch möchte dürftet ihr keine probleme bekommen so die anderen bauernhof funktionieren alle haben wir genügend 133 jahre wir haben scheinbar genügend äh stroh ja das ding bau ich gerade um weil den weg hier reiß ich auch komplett ab und dann wird hier ein weg rüber gesetzt dass es auch alles ein bisschen besser läuft also werde ich ich habe hier jetzt angefangen schlosserei zu bauen und werde ich werkzeug herstellen spitzhacken definitiv und vielleicht auch noch mal zwei sensen damit waren noch ein zwei bauernhöfe vielleicht hierher bauen hier scheint es mir wirklich platzmäßig überhaupt kein problem zu werden bauernhof 1 bauernhof 2 na das schließe ich gleich am sitz ich überlegen wie ich das mache so der holzfäller hier packt auch nichts mehr und hier werden wir dann wahrscheinlich denke ich mal irgendwo dann holz anpflanzen oder oben ja läuft doch läuft doch okay ich baue ein bisschen weiter mit den wiegen würde kurz zeigen was ich hier an bergwerke hin pflanze bis gleich kurzer einwurf hier ist ein kohlebergwerk errichtet worden mehr geht nicht dann werden wir uns als nächstes um die erforschung von da kümmern leute leute da hat er hier einfach was hingebaut und hat uns damit gewaltigen schaden zugefügt finde ich gar nicht cool hört mich natürlich unweigerlich mit allen mitteln rechen die wir haben und uns zur verfügung stehen auf jeden fall konnte ich wieder ein bisschen schwächen schade allerdings ich wollte das gold haben ok wir haben auch genug was wir ja noch aus ernten können von ihm und ich habe auch angefangen hier drüben ein bisschen zu erforschen ich habe hier oben den steinbruch abgerissen weil den brauchen wir da nicht mehr könnte man allerdings hier oben eigentlich und einen bauernhof in bauen warum man nicht so dann habe ich hier noch den weg von den bauernhöfen hier so umverlegt und da fiel mir auf in der mitte könnt ihr auch noch einen bauernhof hin und dann habe ich den jetzt in auftrag gegeben den habe ich vergessen anzuschließen gut dass ich es sehe ach so ja ich habe jetzt einen steinbruch weniger dann könnten wir den steinbruch hier noch ja bauen wir hier noch ein steinbruch hin dafür dass ich den hier oben abgerissen habe ja die schweinezucht es hapert an ja sag schon brunnen ja im bauernhöfe zwei brunnen wurst ja ok nach da war alles ok die schlosserei sollte mal was herstellen damit wir auch hier mal die 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 bauernhöfe besetzen können so hier wird hier seht ihr was so los ist hier wird für uns nur die kohle denke ich mal interessant sein ja hier ist auf jeden fall kohle denn da auch erstmal ok hier oben war abgeerntet alles was ist hier los keine weiteren fischbestände gar nicht gut wieder mal geht das mehr alle ja egal weiter nach hier unten eine münzprägerei habe ich errichtet hier kommt noch ein bauernhof hin boah das hat sich so die große fläche angeboten hier ein holzfäller und ich habe hier angefangen unseren holzvorrat auszubauen sprich drei holzfäller zwei forsthäuser und dann wird von hier unten hat der nachschub an holz gewährleistet werden ist ein ziemlich langer weg bis zu den sägewerken aber egal eigentlich es stört eigentlich überhaupt nicht wie gesagt es stört wirklich nicht also eine variante wäre ein sägewerk hier nach unten zu sitzen könnte man drüber nachdenken hier zum beispiel hin ja dann hier noch eins dann könnten wir die sägewerke hier oben komplett abreißen weil die hier oben brauchen wir sie eigentlich gar nicht mehr na gut säbeln wir das mal schon weg ja dann haben wir nämlich da unten die sägewerke und den vorrat ja dann schneiden wir langsam hier oben alles ab perfekt so habe ich mir das eigentlich auch vorgestellt ich möchte nicht mehr so viel zu tun haben mit dem haupthaus da oben es soll sich ja alles nach unten verlagern ja dann gleich zwei fliegen mit einer klappe geschlagen hier baut er auch noch so ein großes ding soll er machen soll er machen ich äh spiele gerne ein bisschen katapulten mehr hin so kohle 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 so dann erforsche ich den rest hiervon ok so die ähm steinmetze hier sind fertig mit abernten und hier brennt auch schon ein bisschen was was ausgeerntet ist einfach nochmal so ein zwischenschnitt und hier wird kräftig erforscht so leute bis hier gibt es nur noch eisen ich kann momentan erstmal nichts anschließen von den ganzen bergwerken weil es läuft nicht gut mit holz ich habe erstmal den bau von den ganzen bauernhöfen und so gestoppt um holz herzustellen ja ich möchte also ich baue erstmal nichts weiter an bergwerken bauernhöfen oder so bis die zwei sägewerke fertig sind und hier die ganzen holzfälle alle fertig sind weil also es wäre total schrecklich wenn wir jetzt das spiel nochmal neu starten müssten oder so weil ich einfach mal müll baue mit den ähm holzfällern also gehe ich auf nummer sicher ich möchte jetzt die holzressourcen liefern bevor das notfallprogramm aktiviert wird so leute hier habe ich jetzt schon mal den berg so ein wenig erkundet und was ich sehe gefällt mir ich sehe nämlich nur gold und das möchte ich haben also schon mal alles vorbereiten für bergwerke gold 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 ja hier kann man sich dann seine armee zusammenbasteln später hier muss man noch erforschen aber das werden wir im nächsten part alles machen so ich habe jetzt hin und unten noch mehr forsthäuser gebaut und noch mehr holzfäller damit wir wirklich hier ähm die beiden sägewerke komplett versorgen können der leistet hier nichts mehr das ist noch ein berg zum abernten ähm ja da geht es dann auch noch weiter wenn wir hier noch einen steinbruch bauen spaßesalber ähm steinbruche haben wir sowieso noch über könnten wir sowieso noch wenn irgendwo was an bedarf ist so wie sieht es aus mit sensen müssen wir noch welche produzieren reicht das langsam hm wir müssen noch produzieren ok sägewerke wir werden ja bald versorgt werden keine weiteren steinbestände aha wobei wir wieder bei dem thema steinbrüche werden so hier ist nichts weiter an steinen erstmal ok hier ist stein es ist nicht viel wir ernten es ab es ist wurst ich will es haben so dann gibt es hier noch steine nehmen wir und die heben wir uns auf für wenn wir hier irgendwann mal weiter gehen achso wir haben ja jetzt genügend ja wir haben ja schon 17 gefreit dann können wir auch unsere landesgrenzen mal langsam erweitern das ist hier mal wieder eine baracke so ja kaum stelle ich wieder holz her bin ich auch gleich wieder ein bisschen verschwenderisch haben wir dann durch dieses gebäude haben wir land verloren wo dann dachte ich schon ach ja der baut hier immer noch nach ja dann können wir wieder alles anschließen hier weil wir produzieren ja jetzt wieder holz haben wir gesagt na kaum geht es so ein bisschen los ja dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video wieder und ich sag mal bis dann machts gut euer nobi ja ja ich ja ja ich ich Vielen Dank.